Ich möchte, dass Sie Anibal Gonzalez im Krankenhaus von seiner Nachtschicht ablösen. Es ist immer das Gleiche. Ich zeige dir alles. Gut. Und der? Keine Ahnung. Ein Toter eben. Was ist denn passiert? Bin auf der Arbeit. Mit wem? Ich bin alleine. Du bist ja doch nicht allein. Doch, bin ich. Hör auf zu lügen. Ich habe doch gerade eine Frau hinter dir gesehen. Du bist ja doch nicht wanna. Ich bin pent.